Ich bin ja nicht katholisch. Trotzdem habe ich auf dem Geburtstag ein kleines Figurchen von Franziskus I. im Papst bekommen. Das steht jetzt auf meinem Bürotisch und lächelt mich an. Ich denke, der Papst stört das nicht, dass er mich auf dem Bürotisch den ganzen Tag anschaut, obwohl ich ein Evangelischer bin. Der jetzige Papst hat bekanntlich ein Weizherz. Wenn er mich so anschaut, dann erinnert mich der Papst daran, wie wichtig an ihm Demut und Bescheidenheit sind. Er selber verzichtet ja, wo immer es geht, auf Prunk und führt ein möglichst einfaches Leben. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Und ich bin auch froh, dass auf meinem Schreibtisch so steht, dass Figurchen mich daran erinnern. Noch wichtiger ist für den Papst Barmherzigkeit. Barmherzigkeit bedeutet, dass er allen, aber wirklich allen Menschen mit Respekt begegnet. Auch Strafgefangenen zum Beispiel. Er geht und besucht sie im Gefängnis. Auch Obdachlosen. Der jetzige Papst geht zur Obdachlosen und sitzt mit ihnen auf der Strasse. Er zeigt damit, dass für ihn und letztlich auch für Gott, jeden, wirklich jedem Mensch wichtig ist. Dabei ist Barmherzigkeit nämlich etwas ziemlich Schweres. Es geht aus Mitgefühl. Und wenn ich versuche zu verstehen, wie der andere funktioniert, braucht es nicht sehr viel. Und dann denken wir ganz verächtlich über andere. Das geht ziemlich schnell. Und dann reden wir schlecht von anderen Leuten. Die kleine Papstfigur auf meinem Pult erinnert mich daran, barmherziger zu sein. Noch etwas. Mein kleiner Papst ist mit Sonnenkollektoren ausgestattet. Diese erzeugen bei gutem Wetter Strom und dann folgt die Hand, die da oben gestreckt ist, an, sich zu bewegen und macht eine kleine Geste vom Sägen. Schaue ich die Figur an, so segnet mich der Papst. Wobei, wenn ich ganz ehrlich bin, das stimmt eben genau nicht ganz. Die Sonnenkollektoren funktionieren nämlich nicht, wenn ich den Papst so hebe und gegen mich drülle. Die sind vorne. Erst wenn ich die Figur umdrülle und gegen das Fenster hebe, dass die Sonne drauf scheinen kann, dann wird die Hand an sich bewegen. Mir ist es ja wirklich wichtig, dass andere von mich beten und dass ich von anderen gesegnet werde. Aber bei dieser Papstfigur scheint das nicht zu funktionieren. Dafür schaue er jetzt aus dem Fenster heraus über die ganze Stadt weg und macht mit der Hand das Segenszeichen und winkt. Das erinnert mich daran, dass es nicht um mich geht. Dass ich selber zum Sägen der ganzen Stadt wirken soll. Ich bin da gefragt. Ich bin der, der etwas Gutes tun soll. Ich soll für andere beten. Ich soll sie besuchen oder unterstützen. Es geht wirklich nicht um mich. Es geht um die anderen. Und daran erinnert mich die Figur vom Papst Franziskus. Eigentlich gut, dass er so dasteht. Damit ich das Wichtigste nicht vergesse.